Ja, moin zusammen und willkommen zurück ins Carve. Oh je je je, da steht ja unser Kleiner. Lass mal gucken, wie es weitergeht. Also, ähm, büm büm. Moment, haben wir den nicht gerade abge... Ah, nee, den haben wir nicht gerade abge... Ne, 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 was ist mal noch? Wir gehen jetzt erstmal hier ran, ne? Jo, jo. Äh, 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 äh. So, da ist nichts dahinter. Da ist Point of New Return, ne? Da kommen wir... Verdächtig, warte, warte, verdächtig. Hm, nee, nee, komm ich nicht hoch. Hup, nee. Double Jump ist nicht, weil unser Kumpel ist ja immer noch... Weg, na, 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 zu viel zum Thema. Oh, warte, da geht's auch noch nicht. Moment, äh, okay, jetzt bin ich schon wieder rauf. Hey! Ach nee, das ist... Da komm ich nicht rein. Gut, irgendwas brauche ich ja noch. Okay, da gibt's irgendwas Glückes. Na denn. Ja. So. Hm. Ist schon schön hier, ne? Warum halte ich so auf dem Bogen? Guck mal, da... Ja. Dich brauchen wir irgendwo für. Warum brauchen wir nicht? Aber wenn ich dich da runternehme... Ah, da geht das auf. Yes. 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 Wo kommst du denn hin? Wo möchtest du denn hin? Dahinter? Dahinter ist gar nichts. Okay, das funktioniert nicht. Okay. Okay. Und da müsste ich auch noch hin. Oh, je, 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 je. Dann kann's ja nur noch dort sein, ne? Irgendwas... Ist das was Wichtiges? Das ist nichts Wichtiges. Okay. Ja, ich weiß nicht, es ist schwer. Es tut mir leid, dass ich dir was zunute. So, weh, das gehört jetzt hier nicht hin. Ja. Okay. Ist das? Nein, das ist keine Blumenplatte. Hm. Wahrscheinlich gleich hier hin und hören. Gut, setz das mal ab. Okay, was haben wir hier? Ähm, ja. Was ist das jetzt? Oh, was hab ich getan? Oh, da hat sich was bewegt. Da drüben seh ich noch einen Stein. Okay, was bewegt das? Es dreht sich, aber es passt noch nicht. Gut. Naja, schön. Okay. Du? Könntest du hier reinkommen? Dann ist der echt. Lass mich nochmal gucken. Ich weiß, das klappt schon. Aber hier. Dann ist der auch echt. Okay. Ich brauch nur meinen zweiten Stein. Kann das sein? Nun mal so. Hier sind viel zu viele Steine. Da oben ist der zweite Stein. Oh, okay. Was machst du hier? Hallo? Kann ich dich mal bexen, bitte? Okay. Gut. Nee, das ist schön. Aber dann lassen wir den erstmal da unten. Da hinten. So. Mal gucken, was das bringt hier. Okay. Ich nehme mal an. Wenn ich dich da drüben reinsetze. Nein. Dann wird mir das gespaßt. Okay. Äh. Schade. 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 Versuchen wir es mit dem. So. Und dann. Äh. Hier unten. Hier rüber. Genau. So. Was passiert jetzt? Da bewegt sich einiges. Aber noch nicht genug. Schade. Hm. Bist du ganz sicher? Außerdem. Was bewegt das denn überhaupt? Ich hätte draußen nicht mehr gucken sollen. Okay. Warte. Hier ist nichts dahinter. Und hier komme ich noch nicht drauf. Okay. Also ich sollte wohl einen Weg finden. Ich sollte wohl einen Weg finden. Wie ich diese Plattform hier senken kann. Jo. Probieren wir mal, dass es nicht ist. Irgendwas sagt mir, dass es das nicht ist. Aber gut. Wir probieren es aus. So. Okay. Alles klar. Alles klar. So. Ich nehme dich jetzt mal raus. Und du kommst hier hin. Jawohl. Und dich nehme da auch. Ja. Ja. Du kommst da hinein. Und wenn ich dich jetzt wieder zurückfahre. Dann müsste, was auch immer hier passieren soll, müsste dann passieren, ne? Hm. Ja. Ah. Guckst du. Jawohl. Ach, das gefällt mir gut. Nummer zwei ist erledigt. Yay. Gut. Sehr schön. Hm. Was machen wir? Ja, wir könnten... Ne, da komme ich nämlich rein, solange ich noch keinen Doppelsprung habe, ne? Dann probieren wir es doch hier. Da hat er sich das Tor geöffnet. Äh. 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 Okay. Aber warte mal. Hier ist irgendwas mit Dunkel. Dunkel da drin. Nee, eigentlich zeigt es ja nicht. Wie ist das, ne? Hm. Na ja. Wir probieren es mal hier. Vielleicht ist hier die Sache mit dem Dunkel. Okay. Hier ist die Sache mit dem Dunkel. Ja. Wie sich die Farben auch gleich verändern. Na gut. Dann nix wie ran. Jeder Teil von ihr erfüllt von der Macht der Schöpfung. Das ist doch alles allgut. Oh. Hm. Das ist doch gut. Pyramide. Wartet. Da ist es wieder. Pyramide. Äh. Ja. Pyramide wartet. Okay. Wow. Gut. Ähm. Ähm. Schön. Fein. Hier komme ich nicht hin. Nein. Nein. Hier komme ich nicht hin. Okay. Noch nicht. Moment. Noch nicht. Lass uns erst mal gucken, wie ich das hier geregelt kriege. Vielleicht können wir ja da hinten. Da hinten. Das regeln. Ah. Hier habt ihr schon mal reingesehen. Hier ist gar nichts. Es sei denn, ich kann ja auch eins von den Dingern weg. Nicht weg. Weg gehen. Nein. Das lässt sich nicht bewegen. Also versuche ich es mal da hinten. Hm. Pyramide gartet. Was hat das zu bedeuten? Irgendes Sammeliges hier. Das sieht nicht so aus. Und denn... Ne. Auf der Seite. Hier ist... Ähm. Da hinten. Äh. Guck mal, ist das... Oh. Nein, es ist kein Bild. Nein. Nein, hier ist gar nichts. Okay. Na schön. Also, hier oben. Eine ist... Guck mal, eine ist schon kaputt gegangen. Das ist doch erst mal... ...gar nicht so schlecht, oder? Was geht denn? Guck mal, kann ich hier nicht wirklich laufen? Okay. Eine ist puttelgegangen. Wettelgang. So. Uh. Uh. Oh, das ist aber nicht nett. Oh. Ein Craftfield. Hm. Habe ich ja gut gehabt, hm? So, ja, hier sind wir schon gewesen. Ah ja, lass uns ja den Aufstieg probieren. Okay, also ich komme nicht da... ...nicht von der Seite da ran. In Ordnung. Wir gehen jetzt also von dieser Seite, ne? Ja, funktioniert. Gut, nun wie komme ich da hin? Ja. Ja. Also hier hat mir doch mal nicht alles abgepasst, oder? Hier komme ich... ...ne, das war nichts. Okay, das haben wir hingekriegt. Hier brauche ich also nicht noch was suchen. Gut, aber wie komme ich jetzt an dich heran? Ich scheine ja nach da oben zu. Oder kann ich dich verschieben? Ne, verschieben. Ich habe nur noch schief probiert, das ist nicht. Nix. Guck mal, da ist so eine Minute. Das ist auch keine Marke. Also, wie kriege ich dich... ...wie kriege ich dich? Kann ich hier hoch springen? Noch klettern? Ein bisschen. Ja. Da scheinst du noch hoch zu gehen, ne? Aber da... Ne, keine Chance. Ne. Da liegen auch diese komischen schwarz-blauen Kugeln. Schwarz-lila Kugeln. Und da... Fiddy! Aber wie komme ich an euch ran? Ne, Brüner-König, an euch ran, ne? Hier gibt es bestimmt irgendeinen Scheiter oder sowas. Du bist immer gar nichts. Ne. Hm? Hm? Achso, das habe ich schon verliert. Das geht von der Seite noch so viel einfacher. Aber hier geht es nicht rein. Was ist das Ding? Hier geht es nur erst von ruhig. Die Wunde sind hier verkleidet. Gar nichts, ne? Ja, noch nichts. Hm. Eichelartig. Okay, jetzt bestimmt wieder, dass ich irgendwas übersehe, ne? Da drüben zum Beispiel. Habe ich den Scheiter bedient? Äh... Nein. Habe ich nicht. So. Huhu. Den Scheiter habe ich nicht bedient. Mal gucken, was passiert. So. Na. Jetzt. So. Und? Was machst du denn du? Was ist da jetzt? Ah, guck mal, da sind die Dinger hochgefahren. Yeah. Ja. Willkommen dort hinein. Ja. Es wird was. Es wird was, Leute. Es wird was. Freu. Okay. So. Na denn. Also. Hupf. 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 Gut. Hupf. 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 So. Hier. Oh, guck mal. Hier sieht es tatsächlich aus, ob Leute hier gewohnt. Was ist das alles? Kleine Sägerei. Da sind diese komischen Kugeln. Können hier aber nichts mitmachen. Es ist ein Bierzeug, es liegt hier oben. Tja. Da. Es ist ein Schaufelpferd. Es ist eine Werkstatt für Kinder. Also. Hupf. Oh. Ich kann da eh was mitmachen. Oh. Wie putzig ist das denn bitte? Oh. 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 Wie niedlich ist das denn? Oh. Voll schön. Wir machen weiter. Du leuchtest zu komisch rot. Hat aber nichts zu... Doch, warte mal. Hat das hier was zu bedeuten? Ja. Daneben. Oh nein. Festgefahren. Oh nein. Ich stecke zwischen den... Rasenfest. Oh nein. Doch, ich hab's geschafft. Okay. Puh. Aber es sieht schon ein bisschen so aus, als würden wir da oben reinkommen müssen. Nein. Das wird nichts. Okay, gut. Na schön. Was ist denn hier alles da? Ein verdächtig aussehender Schalter. Oh. Kugel. Kugel. Die Kugel zertrömert den. Jawohl. Alles klar. Sehr gut. Können wir hier noch was machen? Hier kann ich weiter nichts machen, ne? Na. Gehen wir mal runter. Na. Okay. Komme ich denn jetzt an dich ran? Oder schmeißt du mich wieder von der Plattform? Hallo. Na. Oh. Das ist der Dache. Okay. Irgendwas... Was? Irgendwas kann ich mit ihm machen? Wieso ist denn der ganz weiß? Ist das eine gute Idee, wenn ich den hier runterfallen lasse? Ist das eine gute Idee? Oh, schade, schade. Oh. Er ist frei. Du bist frei. Du bist frei. Flieg. Hm. Ja, schön. Aber er ist... Er haut ab. Okay. Wir müssen alleine klarkommen. Er ist geschwächt. Lass mich raten, wir müssen wieder Bären finden. Hier gibt es nichts weiter. Halt. Hier hat ein verdächtig aussehender Punkt. Das ist gar nichts. Hier gibt es tatsächlich überhaupt nichts. Ist da unten ein Bild? Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Lass jetzt pushen. Komm, wir holen dir mal ein Kfee an. Na? Damit du dich leichter, schneller wiederhulst. Zum Glück sind die hier nicht so schwer zu finden wie die anderen. Na? Schön besser. Ja. Ja. Hier, die ist auch für dich. Guck mal, die ist auch für dich. Oh. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, ja, ja. Das wird... Das wird... Wir bringen dich wieder in Ordnung. So. Das ist ja nicht ganz fertig, ne? Wieder um den Warmer. Oh, das hier ausgerechnet, diese vier Bären sind genau die richtige Menge, die er auch benötigt. Ja. 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 Und? Er ist nicht fertig. Er ist nicht fertig. Ja. Irgendwo müssen noch eine Beere sein. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Jawohl. Ja. 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 Schon viel besser. Oh. Und er ist wieder... Er ist wieder ganz der Alte. Wunderbar. Ja. Er ist... Oh. Er ist ein bisschen länger geworden. Hm. Gut. Hier gibt es... Weiter nichts. Warte hin. Ab durch die Mitte. Ja. Apropos Mitte. Wo mitten wir denn jetzt hin? Hm. Hm. Wir haben den Entspiel noch nicht gefunden. Hm. Da kann ich nichts mehr machen. Hm. Nein. Hm. Wo gehen wir denn jetzt hin? Sind wir irgendwo nicht reingekommen? Da hinten? Da oben? Ich bin nicht sicher. Also, das haben wir untersucht. Das da auch. Das da... Ach, da hinten kommen wir hoch, ne? Hm. Da kommen wir hoch. Sollen wir es erstmal dort probieren? Bei der Tür dann oben? Und ich würde es, glaube ich, gerne mal restieren wollen. Ich denke, es war schon, dass der richtige Weg eben der andere ist. Der auf der genau gegenüberliegenden Seite. Aber ich hätte jetzt gerne mal getestet, was gut passiert. Hm. Okay. Reicht. Wenn wir hier entlang gehen. Zum, 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 zum. Hier war auf jeden Fall nichts. Den haben... Hier ist gar nichts. Nee. Da bin ich einfach nicht hochgekommen. Ich glaube doch da... Hier, da. Das ist das Ende der Burg. Das gehört nicht mehr dazu. Deswegen kommen wir da auch nicht hin. Halt. Nein. Hier kommen wir wirklich nicht hin. Okay. Okay. Na gut. Na schön. Weißt du was? Dann machen wir uns auf den Weg zum anderen Ende. Okay. Das ist ja nicht so schlecht. Oh, Vorsicht. Feuer. Guck mal. Da oben scheint da auch noch was zu sein. Komm ich da denn drauf? Hm. 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 Ja. Mit dem Double Jump viel leichter. Nee. Aber da komm ich nur so rum. Nein. Von hier aus auf keinen Fall. Hm. Hm. Mal gucken, ob's von hier aus geht. Hm. Hm. Das macht nichts in deinem Eindruck, ne? Hm. Da ist irgendwas drin. Was bist du denn? Hm. Ach, ein Sammelgegenstand. Hm. Das war gut versehen. Nein. Ich kümmere mich nicht wirklich drum. Nein. Vergesst es. Nein, 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 nein. Nee. Damit jetzt noch anzufangen. Das wäre Stilbruch. Hm. So. Hier komm ich nicht hin und auch außen nicht hin. Okay. Hm. Hm. Oh. Wir können es versuchen. Nee. Hm. Mal gucken, ob das auf deiner anderen Seite fällt. Ich guck mal da bei den Steinen. Hm. Nee. Okay. Hier sollen wir nicht hin. Gut. Hm. Ach, ich mag es. Oh. Auch wenn's nicht lange anhält. Hm. So. Zack. Hm. Hm. Und was jetzt? Hier ist aber weiter nichts. Das sieht aber arg düster aus hier. Ein Licht, ein Licht. Oh. Na, wen haben wir denn da? Was macht ihr da? Hm. Oh. Oh. Einen haben wir schon mal. Ja. Ja, da brauchst du gar nicht mit dem Kopf schütteln. Du hast es dir angeeignet. Was? Oh, ich kann mir gerade auslaufen. Okay. Okay. Ich hoffe wir... Also es geht ihm ja offensichtlich nicht gut. Ich hoffe wir können einen Weg finden, wie wir beide rennen. Also den, auf jeden Fall den Drachen natürlich. Das ist ja hier quasi unsere Mission. Aber auch diese Viecher, was immer sie sind. Guck mal. Nur ein kleines Bettchen. Oh. Hm. Ich möchte die auch nicht so traurig hier hinterlassen. Aber ich sehe... Keine Ahnung. Er guckt doch direkt weg. Hm. Niedlich. Guck mal. Das sind ganz viele Bettchen. Oh. Gibt es hier denn irgendwas? Also. Irgendwann. Ach, da tun wir jetzt weiter. Okay. Alles gut. Halt das Leuchte zu bilden. Nein. Das ist aber nicht für uns. Okay. Äh. Okay. Da geht's weiter. Das ist aber wild hier. Oh. Guck mal. Da ist nichts, ne? Okay. Irgendwas mit loslassen. Und Energie. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh. Oh. Moment. Wait a minute. Wir sind hier wieder am Anfang. So. Nein. Nicht ganz am Anfang. Nee. Nicht ganz am Anfang. Ähm. Wir sind da reingelaufen. Wo sind wir denn hergekommen? Sind wir da oben hergekommen? Ich bin nicht sicher. Ich glaube schon, ne? Ja. 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 Doch. Wir sind am Anfang. Ach. Schon so lange her. Hm. So. Und dann sind wir nämlich da oben rein. Okay. Jetzt lass uns mal gucken, was es hier unten gibt. Das hatte ich nicht, äh. Genau. Das hier hatte ich noch nicht gekundet. Hier scheint es dann am Ende weiterzugehen. Und? Hier ist der Baum voll schön. Ja. Voll gut. Okay. Aber wir scheinen jetzt weiter zu müssen in diese, in diese Welt, die sich hinter diese Tür verraten. Nicht hinter der, sondern der auf der anderen Seite. Hm? Diese hier? Hm. Auch nicht. Noch eine, eine Möglichkeit hier rauszukommen. Hier oben. Oh. Oh. Ja. Okay. Let's go. So. Wie bin ich da nochmal hin? Ne. Moment. Wir sind nicht hier unten langgegangen. Sondern wir sind oben langgegangen, oder? Ui. So. Genau. Also beim letzten, also um in diese Welt zu kommen, in der wir gerade waren, sind wir da rüber. da. Das heißt, jetzt müsste ich hier rüber. Die Welt, in die ich mich vorher nicht getraut habe. Oder das Gebiet. Aber guck mal, da ist doch noch... Ist da nicht noch was? Hm. Okay. Wir merken uns mal, da gehts auch noch lang. Gut. Aber das erste Mal würde ich jetzt eins nach dem anderen. Erstmal würde ich gerne das hier probieren. Oh. Oh nein. Zu früh. Ach. Zu spät. Oh. Okay. Okay. Ja. Ist ja gut. Ah. Ist ja gut. Hm. Ja. Oh. Das ist aber eine schnelle Eintexe. Hm. Na. Okay. Oh. Das ist aber eine schnelle Eintexe. Jetzt gleich beim ersten Mal, ne? Geht nicht. Doch. Jetzt gehts. Ah. Guckst du. So nämlich. Jawoll. Okay. Komm ich denn von hier? Von hier aus komme ich nicht da runter. Es muss noch einen anderen Weg gehen. Gut. Also. Probieren wir es hier. Was haben wir denn hier? Mhm. Genau. Das war die Sache mit... Ah. Ja. Richtig. Ich weiß. Ähm. Das haben wir nicht weiter verfolgt. Weil ich vermute... Oh. Dass es hier Point of no return ist. Guck mal. Da unten ist auch was. Äh. Ist das das Tor aus dem Schloss? Ja. Natürlich. Das muss das Tor aus dem Schloss sein. Dann ist das kein Point of no return. Okay. Aber das machen wir tatsächlich erst auf dem Rückweg. Hm. Wir brauchen das gar nicht auf dem Rückweg machen. Weil wir hier einen Weg haben, um jederzeit wieder zurück zu kommen. Gut. Nee. Muss ich scheinbar irgendwas einsetzen? Ach. Oh. Eine Karte bleibt mit sieben Steine. Was muss ich denn hier mal einsetzen? Sag nicht, dass ich irgendetwas hier den ganzen langen Weg runter transportieren muss. Hm. Hm. Ist irgendwas im Wasser? Hm. 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 Okay. Weiß ich noch nicht. Nee. Irgendwas scheint mir da platzieren zu müssen. Vielleicht wird das auch erst ausgelöst, wenn wir hier die Aufgabe erledigt haben. Das mag natürlich auch sein. Hm. Hm. Was mich jetzt aber zu der Frage bringt. Hätte es dann so eine Tür auf der anderen Seite auch gegeben? Hm. Wir sind ja da, also quasi in diese Richtung hier. Oh meine Leute. Wir sind ja da quasi weitergelaufen. Hm. Hätte es da auch eine Tür unten gegeben? Hm. Hm. Das hat hier eben so komisch gekrisselt. Wir können uns die Räume ansehen. Oh nein. Oh nein. Oh. Okay. Nochmal. Hm. Das gibt's doch nicht. Äh. Ja. Hä? Wie geht denn das? Hm. Hm. Warum krieg ich das nicht hin? Nagel. Okay. Gut. Da ist Sunma. Okay. Da oben ist erstmal nichts. Oh. Ach, da oben. Okay. somethin. Gut. Hat funktioniert. Okay. Jetzt will ich aber auf Zügel in Dortmund sehen, was es da gibt. Okay. Okay. Ah, wir kommen scheinbar tatsächlich dorthin. Nee, kommen wir nicht. Doch, kommen wir doch. Nein, kommen wir nicht. Oder? Nein, Alphamand. Okay, Alphamand. Das ist ja blöd. Das ist ja doof. Na gut. Also. Na schön. Das war mal knapp. Okay. Ist es das nicht immer? Knapp, meine ich. So, hier kommen wir da oben drauf. Und da hinten schon wieder so viele Ruhe. Hm, was ist denn los mit den Leuten? Was ist mit den Leuten passiert? Äh. Soll hier rüber schweben? Bist du ganz sicher? Okay, klar. Eule! 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 Also. Ja. Oh. War das hier irgendwie ein Eulenvolk oder so? Dann könnte ich mit diesem Spiel eine Folge von mir begeistern. Claudia, falls du zu siehst. Hier gibt's Eulen. Hier gibt's ganz viele Eulen. Hm. Na gut. So. Und wohin jetzt? Es kommt mir ein bisschen gewagt vor, da hochzuweilen. Ich probier's mal aus, okay? Auf die Gefahr hin zu sterben. Naja. Okay. Auf die Gefahr hin zu sterben. Gut. Ich denke, wir sollen einfach ab durch die Mitte, ne? Ja. Das ist wirklich süßig. Hätte ich da oben noch was entdecken können? Ja. Wir werden es nie erfahren. Hier scheint aber erstmal mal nichts zu dran. Hase! Ist das ein Hase? Das ist ein Hase. Du Hase! Oh. Was ist jetzt? Ah. Ähmchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Teile sollen wir wieder finden. Natürlich. Ja. Sehr gut. Und du führst mich schon in die richtige Richtung, ne? Ja. Na gut. Guck mal, hier liegen Äpfel rum. Oh, die sehen aber lecker aus. Kann ich einen essen? Ich kann einen essen. Nee, ich kann einen mitnehmen. Hase, möchtest du einen... ...einen Apfel? Guck mal, Hase. Ich hab dir was mitgebracht. Guck mal. Nee, der scheint sich dafür wirklich zu interessieren. Hier, der, der, der ist. Ist, so ist es jetzt. Nein, bringt gar nichts. Oder? Hat er ihn gegessen? Auf jeden Fall ist der Apfel weg. Na schön. Ich hab den Eindruck gebraucht, den für was anderes kann das sein. Hm. Aber wofür? Da hinten liegen noch mehr herum. Taps, 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 taps. Da sind noch mehr Hasis. Hase. Da für dich. Die Counter. Die Counter tatsächlich dran rum. Wie putzig ist das denn, bitte? Wie klasse. Oh, wie klasse. Hier, komm, hier gibt's auch was. Aber die liegen doch einfach rum. Die müssen wir so füttern. No. Hier, guck mal noch mehr. Lass es euch schmecken. Ich find's richtig gut. Ist da noch mehr? Ja, ich weiß, du möchtest... Da sind noch mehr... Nix da, ich muss jetzt erst die... Nein, kannst du vergessen? Ich muss jetzt erst die... Hasen füttern. Kannst du voll knicken? Ich geh jetzt hier Hasen füttern. So. Oh, der kommt auch gleich dran. Gut, 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 gut. Was? Ja, ich weiß. Nee, ist mir egal. Ich fütter die Hasen. Ich find das irgendwie wichtig. So, noch was für euch. Gehen sie da ran? Nee, der ist irgendwie eingeschlafen, na? Kann das sein? Hier, guck mal. Da. Jetzt geht er da ran. Okay, alles klar. Und da drüben war noch ein Hase. Warte. Hase! Guck mal, was ist für dich? Ja, schön. Ach, das gefällt mir gut. Ich find's klasse, wenn solche Sachen da ran... Keine Ahnung, ob's wichtig ist, aber... So, was möchtest du denn? Hi. Was denn? Oh. Oh, und jetzt ist er wieder in meiner. Was ist das hier? Äh, okay. Da ist ja noch ein Apfel. Habe ich noch einen Hase übersehen? Äh. Was wird das hier? Soll ich noch irgendeinen Hase übersehen? Das müssten doch jetzt alle gefüttert sein, ne? Euch da drüben? Doch, euch hatte ich doch auch einen gegeben. Zwei gegeben. Oder? Ja, das sind... Sie vermehren sich schon. Klasse. Hm. Kriege ich noch einen Apfel? Mir scheint es irgendwie nötig. Tatsächlich. Da ist ein unnötiger Vorrat drin. Mhm. Ist das nötig? Macht das hier? Und sei es noch fair, wenn es schief geht? Hm. Hm. So, ich guck mal. Okay. Vielleicht muss ich die Hasen auch irgendwie woanders hinbekommen. Vielleicht ist das das Ziel. Gut, gucken wir jetzt mal hier. Ich hab den Eindruck, ich habe alle Hasen gespielt. Ähm, gefüttert. Nicht gespielt, ne? So. Und? Doch, alle zehn, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alle neune. Warum ist hier sowas drin? Oh, ich sehe gerade. Bowling, Gapel, Achievement. Hasen füttern nicht. Das ist aber blöd. Bist du sicher? Ich möchte das Hasen füttern. Ich finde Hasen füttern irgendwie. Ich hätte gerne alle Hasen gefüttert. Hier, guck mal wieder hin. Wir sind auch zu zweit. So. Ja. Ja. Okay, nun ist aber gut. Wir machen in der Geschichte weiter, ne? Lass mal gucken. So. Dann geht es nicht weiter. Wir gehen hier weiter, ne? So. Okay. Noch hat alles funktioniert. Noch ist alles tutti. Guck mal, das sieht doch wieder aus. Da sind Stufen unten. Ja, wir bekommen wieder eine Kugel. Ast rein. Okay. Hm. Wisst ihr was? Lass uns mal unter Wasser gehen. Mal gucken, dass es da zu entdecken wird. Jupp. Nicht was. Das ist wieder schwer, ne? Okay. Das ist gar nichts weiter, wie es aussieht. Oder? Hm. Hier ist nichts, 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 nichts. Dort. Hier ist auch nichts. Da drüben sehe ich was. Trotzdem, wir gucken uns hier auch rum. Falls es hier irgendwas gibt. Irgendwas merkt man das. Obwohl, das hier können wir uns ja auch noch auf dem Rückweg ansehen. Oder? Ja, da ist das die, das ist die Treppe nach oben. Okay. Oh, nee, jetzt nicht. Guck mal hier. Oh, nein, es gibt einen dunklen Pfad. Oh, nein. Okay. Na schön. Was ist das? Halt. Hä? Ich dachte, das wäre was zum Mitnehmen. Ah. So. Nein. Hä? Habe ich es noch nicht richtig getroffen? Oder was ist es? Oh. So. Jetzt? Jetzt habe ich es noch nicht getroffen. Okay. Alles klar. Hier ist es. Vor allem. Hä? Ach, da oben. Ja. Oh ja, es tut mir leid. Aber ich muss nicht mal... Ja, es tut mir echt leid. Drache ist immer so gut zu uns und ich behandle ihn so furchtbar. Oh. Ii. Ii. Was wird das hier? Aber in der Schöpfung liegt der Keim der Rebellion. Der Freiheit. Ja. Und? Das muss ja nichts Schlechtes sein. Oh. Und dann bist du... Ne. Du hast dich zu einem Menschen entwickelt. Die Wahrheit wird aufgedeckt werden. Okay. Boah. Ich weiß nicht. Ach, bis dahin geht nur das Dingelchen. Die Wahrheit wird aufgedeckt werden. Was sind das hier für blöde Sprüche? Oh. Hast du mich wieder lieb? Er hat mich wieder lieb. Okay. Gut. So. Lass uns mal gucken. Wir hauen hier jetzt ab, ne? So. So. Hier geht es doch auch noch weiter. Hier geht es noch sehr weiter. Ach, du Mühe Zeit. Okay. Warte mal. Daneben. Ne. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich gucke nur, ob hier wieder irgendwelche Sachen versteckt sind. Da drüben. Das sieht aber nicht so aus, ne? Nein. Nein. Diesmal nicht. Not today. Ach, guck. Was haben wir denn hier? Na? B? Gut. Äh, but. Okay. Was ist das? Äh, klar. Da ist einfach nur dieses Ding da hinten rausgefahren, ne? Und das da auch. Okay, wie es scheint, werde ich die irgendwo hinbringen müssen. Aber. Aber wie? Da sind verschiedene Zeichen drauf. Lassen Sie sich diese Zeichen hier wiedererkennen. Da ist ein Pfeil nach oben. Da ist eine Eule. Vielleicht. Und da ist... Sind zwei Kiddies. Okay. Das ist die Menge. Warte mal. So kann ich... Komm ich nicht viel... Viel weiter, ne? Also. Hier mit zwei Hasen. Da ist ein Pferd mit Pfeilen drauf. Und da hinten, weiß der Kuckuck, was das ist. Irgendwas mit einer... Ist das nicht eine Rabe? Okay, also ich hätte jetzt getippt. Oh, ich kann mich gar nicht weiterschieben. Das ist ja blöd. Okay. Kann ich das mit dir irgendwie geschickter machen? Kann ich dich in irgendeinem Platz absetzen, wo du mehr Einfluss entwickelst? Da sind zwei Menschen. Also es sind Menschen. So. Und da... Ein Rabe. Was macht der Rabe da? Keine Ahnung. Also da ein Pfeil nach oben. Oder ein Berg. Oder irgendwie sowas. Hier eine Eule. Und da... Okay. Also. Mal gucken. Wenn du nicht der bist... Dich, glaube ich, würde ich da hinstellen. Hm. Dich würde ich hier hinstellen. Die müssen gar nicht so oft reinkommen, ne? Nein. Glaube ich nicht. Du kommst irgendwie so... Äh, äh, äh. Immer so hier. Eigentlich mehr auf die andere rechte Seite machen. Oh, da kann ich ihn gar nicht weiterschieben. Toll. Und dich hätte ich, glaube ich, da hingestellt. Ja, das stimmt aber nicht ganz, ne? Ich würde eher tippen, dass die... Nein! Ah. Nee. Das hat natürlich gar nichts gebracht. Oh, halt, ich brauche halt die Kugel. So. Ich hätte eher getippt. Ja. Mach mal ein Berg. Das hast du super gemacht. Ich hätte eher getippt, dass die... Na los. Dass die alle hier drauf... Dass die alle hier draufgepackt werden müssen, ne? Hm. 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 Okay. Also, was kann das bedeuten? Der Habe mit ihr was mit Feuer? So irgendwie... Glaube ich nicht. Aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Das hat überhaupt nichts gebracht. Hm. Hm, hm. Hm. Irgendwas ist da, ne? Die Frage ist nur, was... Zwei. Drei. Zwei. Nee, zwei... Nee. Das hat nichts mit Zahlen zu tun. Hm. Okay, hier muss ich wohl noch ein bisschen dran rumtüfteln. Ah, aber fürs Erste sage ich erstmal... Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Drei. Tschüss. Zwei. z revive. Untertitelung des ZDF, 2020